Oh wow, ist das gelaufen! Ich gehe jetzt in meinen Flugzeug. Das ist da hin. Und damit gehe ich nach Hause. Das Video lade ich wahrscheinlich erst danach. Oder ich starte mich gerade an. Jetzt kann man so wenig nach oben gehen. Wahrscheinlich hört ihr mich gar nicht, noch mal aufzureden. Bis dann! Tschüssi! Jetzt sind wir aber flottig. Aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Wow! Wow! Der Wahnsinn! Nachher! Ich bin gar nicht unbeschallt! Gott, oh Gott! Das muss ich mal schnell nachholen! Das war mein alter Flug! Wir sehen uns an der Landung! Bis dann! Tschüss! Wo ist der Schiff? Es ist günstig, wenn es hier nicht geht? Warte mal! Sie hat sich nicht nachher gehört! Aber wie ist es? Noch? Ich bitte nur noch eine Frage! Ich finde es ist viel zufrieden! Ich sehe natürlich eine Schife! Ja! Genau! Heu, 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 das war heftig. Hätte ich vielleicht doch nicht mal angestein bleiben sollen. Schon ist vorbei, der Spaß. Ah ja, war ja ganz nett. Der Kofferband ist schon rumgelaufen. Jetzt ist er nur noch auf unserem Koffer gekommen. Das ist er nicht. Das war aber auch nicht. Aber die Farbe stimmt schon. Oh, der ist hübsch. Grün. Ich sehe den Koffer. Nein, da kann man mal gespielt. Der Kofferband ist auch nicht dabei. Oh mein. Was ist da, was? Da. Aber der länger hat es da. Und das Musik. Brückenbrückungsmusik. Ich hoffe, ich stehe an dem richtigen Ding von dem Koffer. Das ist mir langsam zu doof. Ich meine, von mir ist da ja nichts dran. Ich habe eigentlich alles in meinem Rucksäckchen. Das habe ich aus. Doch, doch, mein Stab ist da drin. Den habe ich mich nicht getraut, mit ihm in die Kabine zu holen. Ich dachte vielleicht, geht das als Gefährliche, die ich nicht hat. Jetzt kann ich meinen Huf gar nicht so richtig benutzen. Der ist auf jeden Fall im Koffer. Und wenn man die Streichhölzer wieder gefreut hat, weil die wollte ich auch nicht im Rundgepäck haben. Mann, Mann, Mann. Komm mal, da war der Rundgepäck vor. Ich denke, von der. Aber den erkenne ich eigentlich nicht von der. Ich mache jetzt die Videos immer mal von vorn. Wir warten aufs Gepäck. Wir warten aufs Gepäck. Und da sehe ich das Gepäck. Es kommt. Endlich. Wir haben jetzt ewig gewartet. Ewig, 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 ewig. Ich habe schon fünf Videos gedreht. Vor allem der Koffer im Winter gut auftasen sollte. Wenn er aus der Muchen kommt. Und jetzt habe ich es natürlich verpasst. Weil er so plötzlich kam. Jetzt muss ich mal auflegen, sozusagen. Damit wir den noch einsacken können, bevor er wieder verschwindet. Hallo, Koffer. Schön, dass du endlich da bist. So, ihr Lieben, bis jetzt an. Tschüssi.